und damit herzlich willkommen zu einem weiteren video auf unserem kanal tricksthe masters mit dabei ist der frühkicks der trickstheer natürlich hallo und auch ich der starke und wie ihr seht spielen wir heute speedbuilders und das kann sehr schwierig werden sechst mit einem like dass ihr wenigstens mitleid habt oder auch nicht werden wir ja mal sehen oh gott ich wette mit dir ich hab schon wieder irgendwo einen fehler gemacht meinst du würdest davon falsch zu sein geht das eigentlich auch mal hier richtig zu bauen oder so fertig perfekt match ja du bist aber knapp dran wenn du glück hast wäre das noch gut was und der ist noch weiter der ist noch weiter oh gott ach nee das hatten wir schon mal ok 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 ja das finde ich nicht ich auch nicht das ist mir richtig aus was ich hatte noch zwei blöcke in meinem wütter ok low hypoten 80 prozent 40 am und tschüss 3 kicks alter und der hier ist immer noch weiter und es geht doch gar nichts oder Rapid Das kann ich nicht verletzt werden, Alter. Ich habe die Ovarado. Das ist der Ovesque, Bord. Okay. Digga, was? Nein! Okay, ich habe so einen Fehler gemacht, ne? Kann doch nicht sein. Und 47%. 78%. Boah. Endlich ist der raus. Endlich. Red Bull. Ja. Okay, diesmal bin ich draußen. Ich glaube, ich bin draußen, weil meins fühlt überhaupt nicht aus wie der. Aber meins hat nur 91%. Oh. Oh, habe ich Glück. Wir sind unter den besten vier, muss man sagen, ne? Ja. Immerhin. Oh Gott, das werde ich mich niemals merken können. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas mir falsch besetzt. Kann doch nicht sein. Ja, ist doch richtig. Ah, die kleinen Zähler da. 92%. Die besten drei. Oh shit. Respekt. Nachher gewinnt man einer von uns. Okay, das ist nichts. Ach, das tut eigentlich einfach. Denke ich zumindest. Okay, der eine schafft das nicht mehr. Wir haben das. Jetzt kommt es zum Finale. Genau, jetzt sind wir beide im Finale. Oh Gott. Tom without Jerry. Okay. Okay. Okay, das habe ich mir merken können. Mehr war auch nicht. Scheiße. Schau mal hier. War das so, oder? Nein, war das nicht. Nein. Nein. Oh Gott. Sieht das irgendwie aus. Wie sieht das? 95%. 90%. Scheiße. Ja. GG. Jawohl. Diese Runde geht eindeutig an dich. Jawohl. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Gewertet die bitte mit einem Like und lasst einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Genau. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Und ciao. Tschüss.